Der Vorgänger war ein echter Hit auf den Game Gear und so musste Segas Linierreihe natürlich auch fortgesetzt werden. Auf der Packungsrückseite wird einfach mehr von allem versprochen. Kann das hohe Niveau gehalten werden oder geht die Serie mit diesem Ableger baden? Was taugt Gigi Shinobi 2 für den Game Gear heute noch? Das Spiel wurde von Sega selbst entwickelt und auch 1992 weltweit veröffentlicht. Die bösen Techno-Krieger haben den schwarzen Ninja rekrutiert, um endlich Neo City zu erobern. Die Fieslinge haben schon die vier Elementarkristalle mit den zusammengehörenden Ninjas geklaut. Zeit also aufzuräumen. Das grundsätzliche Gameplay hat sich im Vergleich zum Vorgänger nicht wesentlich verändert. Wieso auch? Auf einer guten Basis kann man ja als Entwickler schließlich auch gut aufbauen. Ihr startet mit dem roten Ninja und könnt ähnlich wie ein Mega Man euch eure Level frei auswählen. Am Ende wartet ihr euch natürlich immer einen Bossgegner. Habt ihr diesen besiegt, bekommt ihr den entsprechenden Kristall und einen der farbigen Ninja. Die Ninjas könnt ihr dann im Level mit dem Druck auf die Starttaste on the fly auswechseln. Jeder kommt dann natürlich mit seiner eigenen Waffe und Fähigkeiten. Mit dem Ende Haken des blauen Ninjas könnt ihr zum Beispiel an vorhergesehenen Ringen entlang schwingen. Auf diese Weise könnt ihr je nach Levelabschnitt und oder Geschmack euren Kämpfer auswählen. Auf die besonders mächtige Ninja-Magie ist natürlich je nach Räcke verschieden. Auf diese Weise lohnt es sich auch die Level mehrfach zu spielen, da ihr teilweise mit einem anderen Kämpfer an einer bestimmten Stelle weiterkommt. Soviel also zu den Kämpfern. Als Spiel an sich erwartet euch natürlich wie gewohnt ein Action-Plattformer mit einer Knacken-Steuerung. Ihr flügt durch die Welten, kämpft gegen Gegner, unterwindet Hindernisse. Euer Bewegungsrepertoire hat sich im Vergleich zum Vorgänger auch erweitert und so könnt ihr sogar an Decken laufen. Das Spielgefühl an sich macht einfach nur Spaß, vor allem weil die Steuerung sehr gut gelungen ist und euch niemals im Weg steht. Der Schwierigkeitsgrad allgemein ist natürlich relativ hoch, aber naja, was erwartet ihr auch von einem Tenobi-Spiel? Euer Fortschritt wird sogar in Form von Passwörtern gespeichert. Auch gibt es ein relativ faires Rücksetzsystem. Wenn ihr mal ein Leben verliert, müsst ihr also meistens nicht allzu weit laufen. Die Grafik ist wunderbar gelungen. Die Sprites sind angenehm groß und die Animationen passen einfach. Man merkt einfach, dass Sega selbst das Spiel für den Game geentwickelt hat und da einiges rausgeholt hat. Beim Sound sieht es eben so aus. Die Musik ist super und die Effekte natürlich auch. Technisch ist das Spiel wunderbar. Was taugt? GG Chinobi 2 für den Game Boy also heute noch. Für mich ein absoluter Pflichttitel für das System. Es ist einfach super, was Sega hier abliefert und den Vorgänger sogar noch toppen kann. Hier lauert auf jeden Fall auf dem Spiel ein wunderbares Erlebnis. Es wird euch nicht überraschen. Eine klare Empfehlung von mir aus. Das war Tesso GG Chinobi 2 für den Game Gear. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Menschen, liest ihr was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.